Let me show you just what I'm made of! Mutantyrania in die Quere gekommen. Mit ihm mussten wir noch einen heftigen Bosskampf austragen. Schließlich ist es uns doch noch gelungen, ihn zu bezwingen. Auch wenn es leider Gottes ziemlich drunter und drüber ging. Aber jetzt geht es endlich weiter. Und wo sind wir jetzt hier? Was ist mit den Tods los? Oh, und Yoshi! Sind wir denn auch mal endlich... Sind wir denn jetzt auch mal das erste Mal in diesem Spiel? Oh, das sind ja meine Freunde! Hallo! Wisst ihr, in letzter Zeit treiben sich viele von Bowser's Schlage im Weiteren rum. Ich wusste es! Sie führen etwas in Schildes, aber ihr ist sicher! Ich konnte sie dabei beobachten, wie sie in einen verdächtigen Tor gewackelt haben. Ja? Zusätzlich sind auch all diese Papierbäume und Felder aufgetaucht. Wackelt sie denn von den ganzen Papierschocken und die aus dem Nichts aufgetaucht sind. Hä? Habt ihr irgendwelche Ahnung, was ihr vor sich geht? Das ist so gruselig! Das liegt an dem Buch. Genau, wir lüten schon mit. Wir arbeiten an einer Lösung. Oh, das ist ja wirklich eine Erleichterung. Falls ihr noch etwas braucht, könnt ihr hier im Dorf ein paar Besorgen machen, bevor ihr euch auf den Weg begebt. Die Katze aus dem Sack ist jeder. Und jeder scheint zu wissen, dass wir zum Spiegel mit Berg ziehen. Dann packen wir unsere sieben Sachen und machen uns nur da auf die Socken. Okay. Dann checken wir mal die Lage. Vorher gucken wir sie ein bisschen um. Ah, nicht so weit gibt es feuchte Bären. Und jetzt sehen sie sogar rief. Ja. Der hat nur eins im Kopf, nämlich fressen. Oh, diesmal geben sie sogar jeweils fünf Münzen. Na, dann muss ich sie erst recht alle öffnen. Die ganzen Blumen. So. Gibt das her. Super Pilze. Und hier gibt es auch einen Heilblock. Hier habe ich jetzt gerade auch wieder meine ganzen Items verschwendet. Ja, was soll's. So. Jawohl. Das gibt ein paar Mün... Es gibt einen Haufen Münzen. Im wessigen Teil des Weiß soll es spuken. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Was, im wessigen Teil? Und was für ein Wald sind wir überhaupt gelandet? Führt er direkt zum Spiegelbildberg? Wie erscheint. Weil sonst wäre das nicht unser nächstes Reiseziel hier. Junge, Junge. Es gibt doch noch einiges zu erkunden an der Stelle. Oh. Fast vergessen. Das auch noch umdrehen. Dann gibt es auch wieder Münzen dafür. Wenn man es richtig macht. Und alle auf einmal öffnet. Ich glaube, da ist auch wieder ein Itemladen. Da könnte ich mir vielleicht wieder was besorgen. Gibt es so viele Hügel und Platoos? Es fühlt sich wie ein Fettestringer an, wenn man Spaziergang macht. Ja. Das schon. Oh. Zack. 100 Münzen diesmal. Es gibt also dieses Mal doppelt so viele Münzen. Geil. Na schön. Vielleicht können wir uns was kaufen hier. Aber vorher. Schauen wir mal hier. Oh. Ein kluger Tod. Wenn im Wald ein Baum fällt und niemand ist da, um es zu hören, gibt es trotzdem ein Geräusch. Na klar, es gibt es ja die Naturgesetze. Ha. Ich weiß solche Sachen, weil ich der klügste Tod in dem Wald bin. Was entdeckt ist, dass ihr auch ziemlich klug seid. Wie wäre es mit einem Wettkampf? Willst du gegen mich antreten? Gerne. Sehr gut. Wir sehen, dass ich die Dendrologie bis in den kleinen Verästelogen beherrsche. Also gut, legen wir mal los. Wir müssen wie immer drei von fünf Fragen beantworten. Es besteht kein Zendrück, also du brauchst die da auch nicht absetzen. Fertig. Ab geht das. Wie viele hören hat Bowser? Äh, auf den Kopf hoffentlich. Zwei. Wer von kann nicht fliegen? Lakitu selbst. Gumba, Paragumba kann fliegen. Lakitu selbst kann fliegen, aber Gumba. Ein normaler Gumba nicht. Was für eine Frisur Todette? Ein Zöpfe. Was für ein Schock ist das hier? Das ist ein Hammerbruder. Ja. Schön, die nächste Frage ist auch die letzte. Welchen Knopf musst du während der Paarattacke? Muschelbohrer wiederholt drücken. B-Knopf. Was das ja für Blue Cheat ist. Excellent. Okay. Du hast alle fünf Fragen richtig beantwortet. Unglaublich beeindruckend. Gut gemacht, Mario. Schmerzt mich das sagen. Ihr müsst dieses Mal wieder gewonnen. Yes, man. Gut gemacht, Mario. Ihr habt dich wirklich unterschätzt. Hier. Ich will belohnen für euren Sieg. Das habt ihr verdient. Drei Tempobohnen. Okay. Ich bin selbstverständlich erklärt. Ich bin selbstverständlich erklärt. Und auch jedes Gesamt des 15 erkluge Todes in der Welt. Habt ihr es zwar geschafft, mich zu übertreffen. Aber es gibt noch zwei weitere höchstgepettete Todes, die auf eine Herausforderung warten. Die Herausforderung biete ich Ihnen natürlich gerne. Vor allem, es gab ja auch einen weiteren Tod dazwischen. Aber der wollte meine Herausforderung nicht annehmen. Aus irgendwelchen Gründen. Hm. Ach, dem ist es eigentlich völlig schnuppe. Ne, Luigi? Oh. Ach, Mist. Okay. Immerhin konnte ich noch ein bisschen was rausholen. So. Diese ganzen Karten benötige ich ja schließlich... Hey, Moment. Wie viele Münzen habe ich jetzt insgesamt? Ich müsste das mal gucken. 1614. Ja, da habe ich mir wieder einiges reingeholt. Vor allem durch den Kampf gegen, äh, Lakitu. Äh, Lakitu gegen, 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 gegen. Sag schon Mutter Tyrannia, Papiermutter Tyrannia. Mutter ist ja vor meiner Zeit gekommen, mir was noch Wurzeln zu probieren. Ob wir auch mal zur Insel deyoshis gelangen können? Das wäre vielleicht was. Hat hier auch der... Wieder neue Access Force für uns? Tatsächlich. Auweia, ich Idiot. Ach, Moment. Das ist ja für Paper Mario. Ah. Sehr interessant. Ja, dann kriegt er die Originalstiefel. Äh, Origami-Stiefel. Und den Origami-Hammer gibt es noch oben drauf. Also habe ich nicht genug Geld für die... Konterhose. Ach, du Scheiße, die... Die gibt einen gewaltigen Boost. Na denn, aber ich kann was verkaufen. Dann müsste ich doch das wieder reinkriegen, ne? Sag schon. Klempnerstiefel. Jupp. Dann kriege ich wieder genug Geld rein. Und eine Forscher... Einmal Forscherstiefel. Komm weg. So, und noch der Klempner-Hammer. Sehr gut. Damit habe ich wieder genug Geld, um mir... ...noch die Konterhose zu kaufen. Also her mit dem. Her mit... Her mit dieser Konterhose. Die gehen ja eben so viel Schaden, wie der zugefügt wurde. Cool. So, dann verkaufe ich wieder die alte Hose. So kriege ich wieder etwas Geld. Oh, machen wir das so. So. Punkte tun wir dabei noch nicht einfließen. Wir haben noch nicht so viel. Sparen wir uns das dann. Sparen wir uns das für später auf. So. Da haben wir immerhin das Paper Mario noch stärken können. Für die anderen gab es jetzt nichts, ne? Ich habe da jetzt jedenfalls nichts bemerkt. Ich muss noch mal gucken, ob da noch was für die anderen... ...ob es noch was für die anderen gab, ne? Ne, gibt es nichts besseres. Ah, aber hier gibt es auch noch... ...KB-Schale und alles drum und dran. Aber ich bleibe bei der Sternenbrosche. So. Jetzt wird aber, glaube ich, Paper Mario mehr verteidigen als die beiden, als alle anderen. Mit dieser Hose bekommen. Ja, tatsächlich. Paper Mario hat jetzt die höchste Verteidigung. Naja. Aber ich denke mal, dass... ...das sollte auch so in Ordnung sein, ne? Weil Paper Mario hat die geringsten KP... ...und eigentlich auch hauptsächlich fast schon die geringsten... ...Werte. Aber er liegt auch vielleicht nur daran... ...weil er sich nämlich in Kopien aufteilen kann... ...mit denen er gleich das Sechsfache seiner Kraft rausholen kann. Oder bis zum Sechsfachen seiner Kraft. So. Ich weiß, ich bin zwar schon geheilt, aber ich probiere... Ich mache es trotzdem noch mal so. Okay, das Lakitu Infozentrum, da war ich ja auch noch nicht. Jetzt gucken wir mal, ob es dir der Tods zu retten gibt. Nein? Okay. Wie steht es mit dir? Nein? Achso, ja, stimmt. Man kann sich noch mal eine Mission probieren, aber nein, nein, nein. Habe ich nicht nötig. So. Jetzt ab in den Wald. Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den mysteriösen Wald. Ich gebe einfach nicht auf, oder? Moment, wer ist das? Ach, Kamek! Ihr gebt einfach nicht auf, oder? Ich würde ja nichts lieber tun, als euch doch mal eine ordentliche Anordnung zu vermassen. Aber anders als ihr faul, jetzt habe ich wichtige Dinge zu erlegen. Ich habe keine Zeit zum Babysitten. Kutschiko! Was zum Henker? Die ganzen Magie-Symbole im gigantischen Karton-Format. Da soll ich mich erst mal beschäftigen. Hey, bleib stehen! Was soll ich jetzt dagegen tun? Mit einem super Hammer-Schlag kriegen wir das nicht weg. Tja, dann müssen wir wo den anderen Weg gehen. Oh, Wickler? Hallo? Oh, der ist uns freutig gesinnt. Und hat Hunger, oder? Hört sich jedenfalls so an. Seid gegrüßt, Wanderer! Könnt ihr etwas zu essen für diesen arm ausgehunderten Wickler übrigen? Ach so. Er hat tatsächlich Hunger, der arme Kleine. Hey, da ist Obst! Wie kommen wir da ran? Ah, einfach so. Eine Beere! Na denn? Hier für dich! Hier, bitte! Hm. Hm. Ich weiß, wie so duft kitzelt, wickst du das Nase. Nom, 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 nom. Einfach köstlich. Wie kann es kommen mit einem Koch? Bei so einem großen Anger schmeckt alles gleich doppelt fabelhaft. So, schon geht es ihm besser. Wie geil, Simmskass, wir sind zurückgekehrt. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass ihr dir helfen könnt. Oh, was hast du getan? Hm. Moment, was? Habe ich mich da jetzt verlesen? Schon wieder? Ja, kann sein. Hier geht es so seltsam. Na ja, das ist gerade. Von Bars ist ja immer wieder weggelaufen. Aber sieh selbst. Oh, sie haben wirklich ganz viel Hunger verursacht und schwäch ausgenutzt. Und sie haben wirklich ganz weit verschmutzt. Dann wollen wir mal diesen Müll einsammeln. Oh, oh. Oh, jetzt soll er wieder eine bringen! Oh, weia. Ha, ha, ha. Wenn er wütend ist, dann räumt er auf. Dankeschön. Dann wird der Wecker wirklich grünlich sauer gemacht. Jetzt ist der Weg auch frei. Auf geht's, Leute. Das Problem wurde aber schnell gelöst. Hey, hey, hey. Ich will mich hier noch umgucken. Das ist noch Obst. Ey, was zum... Was woll... Was willst du noch? Diese ganze Geschäftigkeit hat Wecker ausgelaugt. Aber... Ich würde ja nur noch so ungefähr zehn weitere Beeren essen bekommen. Vielleicht könnte Wecker dann genug Kraft aufbringen, um sich aus dem Weg zu flippen. Vielleicht. Ist das dein Ernst? Zehn Beeren? Nur um ein paar Schritte zu machen? Was ist denn... Fein! Dann hole ich mir diese... Gottverdammten Beeren. Manne Fresse, hat der Ansprüche! Wie komme ich da hoch? Nein, ich schätze mal, ich müsste das hier verwenden. Und schupp! Ach, Moment, da könnte ich auch dann... Obst holen. Hä? Hä? Ich will das Obst holen. Wie komme ich da wieder zurück? Zehn weitere Beeren, nur um ein paar Schritte zu machen. Seems legit. Das sind doch mehr. Wie komme ich an die ran? Moment, da müsste man den Hammer einsetzen. Ja, da verschiebt man diese... Natürlich. Okay. Immerhin. Ah, und da komme ich jetzt bestimmt noch an die... Eine Beere ran. Und schnapp! Nummer eins! Reite aber nicht eine einzige Beere um dich wenigstens nur kurz aus dem Weg zu... ...bewegen. Das hat doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Oder? Ach, anscheinend doch. Perflexer, kleiner Viehfraß. Okay, da rüber. Und zack! Oh! Hat sich nichts getan. Oder? Ach doch! Ha! Wir mussten alle... Wir haben da nur die Beeren von den Bäumen geschüttet. Mussten sie alle einsammeln, damit sie nicht zu Boden krachen und zermatscht werden. Das wäre schade, um diese Beeren, die ja wirklich klar so dringend benötigt. Ich hoffe, wir müssen nicht jetzt bei jedem Gebiet ihn damit füttern. Das wäre sowas von lästig, diese Aufgabe. Klar. Man wird da praktisch dazu gezwungen, zu einer guten Sache. Nämlich, dass man hier das alles in Ruhe erkunden kann. Aber dennoch. Das wäre doch etwas zu viel verlangt, ne? Wenn diese... Wenn das wäre... Wenn jetzt diese Welt hier daraus bestehen würde, dass man... Ich will klar jedes Mal bei jedem Gebiet hier füttern muss. Das würde mir jetzt gar nicht gefallen. Hm. Ah! Ich wollte gerade zahlen, da müsste doch ein Gegner hier sein. Ein Parapier-Cooper. Ich komme da leider nicht hoch. Warte, wenn ich den erwische. Hm. Hier kommt man nirgends hoch. Was ist das denn hier? Es muss einen Weg geben, das nach unten zu bringen. Also... Oder einen Weg geben, dass wir nach oben gelangen können zu den Beeren. Ich schätze mal, der Weg liegt hier. Ups. Hammer. Und zack. Ja, hier sind alle Fähigkeiten, die man bislang erlernen konnte von Nöten. So. Bäre Nummer 6. So, ich höre gerade, dass hier ein Gegner in der Nähe sein muss. Aber wo? Ah, Moment. Was zum Teufel? Ein Ninji? Oder das sind doch Ninjis, ne? Ein normaler und Papier-Ninji. Hä? Was soll das? Oh Mann. Ah! Das ist eine böse Taktik von denen. Wow, das war knapp. So. Alter! Das ist heftig. Das hat zudem noch die Verteidigung gesenkt. Na schön. Das muss mehr Sternpower. Also mehr Sternpunkte. Hei, 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 hei. Hammer Papier Mario. Da hat er jetzt gerade die höchste Angriffspower bekommen. Und dann sowas. Also höchste Verteidigungspower. Und dann wurde sie wieder abgesenkt. Diese verflixten Ninjis. Aber jetzt setzen sie mal Ninja-Techniken ein. Weil früher hatten sie nur diese Namen. Und sahen vielleicht aus wie Maskierte Ninjas. Aber sie hatten niemals Ninja-Techniken eingesetzt. In dem Sinne. So, Kopien wieder erstellen. Ich muss alle haben. Und du gibst diesen an Ninji, dem Rest. Was zum... Hey! Was hat er gemacht? Der hat einfach ein Jutsu des Tosches verwendet. Ah, Moment. Ich hab schon die Fälschung erkannt. So. Wieder Papier Mario. Dieses Mal nicht. Aha. Okay, die Gegner sind schon ein bisschen heftiger drauf. Wieder mal. Ach so. Das sind wieder solche... Sprungdinger. Dann doink. Oh oh. Papier. Schei-Geist. Oder Wald-Geist. Also diese Eingeborenen. Aus Yoshi's Island. Schön, die auch mal wieder zu sehen. Oh oh. Okay, warum muss man springen? Oh. Das war knapp. Nein, es hat Mario erwischt. Oh. Das ging gut. Paper Mario hat leider wieder einen Angriff ab. Also musste leider Gottes wieder Schaden erleiden. Oder einen Angriff einstecken. Was ich total nervig finde. Aber die Gegner müssen erstmal studiert werden. Wow. Die leben immer noch. Hm. Was? Ach so, ich hab nicht genug. Ja, okay. Mir fehlen noch ein paar Sternpunkte. Na gut. Kopier erstellen und Mario jetzt das Feld überlassen. Roter Panzer 3D. Geben wir ihm damit den Rest. Mann. Die sind harte Nehmen. Aber nicht hart genug. schon wieder so eine Karte. Ich sollte echt mal so langsam als sicher hm. Sonst ist hier sicher sollte ich mal die Amiibo-Funktion installieren. Moment. Da sieht doch was auf dem Boden. Aha! Ich hab dich schon gesehen. Glaub ich auch nicht, dass du meinen Blicken entwischen kannst. Oh oh. Wie werden sie jetzt darauf reagieren? Okay, der Rote immer. Alle anderen sind blau. Oh oh. Ei, 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 ei. Na toll. Ach. Ausgerechnet Luigi schon wieder. Und wieder muss ich eine Frischwurz verwenden. Erhol dich, Mann. Reiß dich zusammen. Es gibt zu tun. Also wir haben, wir haben, wir haben was zu tun hier, weißt du? Ist echt nicht einfach jetzt mit den Gegnern. Und vielleicht geht's auch daran, weil ich Let's Play und zusätzlich Konzentration brauche zum Let's Playen. Woher geht der jetzt drauf auf den Angriff? Ach, gar nicht. Oh oh. Ach, Mist. Ach. Jetzt muss ich wieder springen. Was? Jetzt habe ich die Fischung gar nicht erkennen können. Ach so. Doch, hier. So. Jetzt aber. Na gut, dann verpasse ich denen noch einen Hammerschlag. Auf die Mütze. Was zum... Nein, der hat das gut so tausend verwendet. Okay, der ist ja auf den Hammer. Der weiß ja, wie der Hammer ist. Also deswegen hat er sich darauf eingestellt. Ach nein, der lebt noch. Okay, man muss immer eine andere Technik einsetzen, sonst kontert er immer damit und weicht ihm aus mit dem Jutsu des Tausches. Ich hab schon verstanden. Wir haben also jetzt richtige Naruto-Karaktere. Ich meine, ich weiß ja, dass die Gegner mal Ninjis hießen, aber ich hab niemals, äh, es wurde niemals wirklich gezeigt, dass sie auch Ninja-Techniken einsetzen. Und jetzt hat man denen mal richtig Ninja-Techniken zum Einsatz gegeben. Und ich muss sagen, nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt hat man sie wirklich mal buchstäblich zu Ninjas zum ersten Mal in diesem Spiel gemacht. Weil früher sind sie einfach nur in den Spielen, wo sie aufgetreten sind, einfach nur rumgehüpft. Mehr auch nicht. Aha! Ich hab dich schon gesehen. Ups! Und trotzdem lass ich mich billig treffen. Oh oh. Nein, diesmal nicht. Ah, zu früh! Boah. Alter! Ich hasse diese... Nein, nein. Diesmal nicht. Diese Ninjas sind echt hart. Und heftig. Dieses Mal. Ich muss das noch ein bisschen eingehender studieren. Gehen die zu kämpfen. So, erst mal das Erfahrungsschub. Und vielleicht noch eine... Nee. Lass mal das. So. Zeit für die Brossblume! Jetzt werdet ihr mal wieder angekokelt. So. Und weg mit euch. Burn, baby. so. Kopien erschaffen. Und hoffentlich dieses Mal nicht treffen lassen von den Gegnern. Ähm... Hier. Roter Panzer. Gehen wir ihn da mit dem Rest. So. Und... zack. Das war doch ein genialer Abschluss. Experten. Roter Panzer 3D. Okay. Und jetzt wieder Level ab für Mario. Yes, man. Da kann er sich zurecht freuen. Da kann er sich zurecht freuen. So. Und uns fehlen da mit noch vier Bären. Wo sind die anderen? Na gut. Erstmals den Felsen hier aus dem Weg räumen. Ah! Da schwimmt eine. Na gut. Das ist ein wenig durchnässt, aber... So. Und das, was nicht schmutzig ist, passt das schon. Die Ninjis tarnen sich. Hier gilt es aufzupassen. Aha! Hehehehe. So. Sprünge sind sie jetzt diesmal getrimmt. So. Ach so. Ich hab schon den Unterschied da erkannt. Die einen haben andere Farbe, die Fälschungen. Während... Diese... Während die Papierformen wiederum sozusagen knittern. Ach Mist. Also zerknittert sind. Das hab ich jetzt erkannt, aber ich bin leider zu früh gesprungen. Ach. So ein Kack. So eine Kacke aber auch. Hm. Roter Panzer. Das greift der... Sollte er eigentlich dann alle Ergegner attackieren. So. Und. Bäm. So. Und lieber mal die Karten umdrehen. Die brauch ich ja alle nicht. So. Und Brossblume für den Abschluss. Machen wir euch wieder down. weg mit euch. Weggeburned. So. So viel mal zu denen. Hm. Oh, da ist noch eine. Hammer. Was? Okay, da hab ich nicht richtig drauf gezielt, oder was? So. Zwei Bären noch. Und ich weiß auch, welche Bären diesmal gemeint sind. Hm. Moment mal. Also. Warte jetzt mal gucken. Da ist nichts. Aber hier. Das sind Ausgrabungsstellen an der Seite. Oder irre ich mich da gerade? Ey. Rüberschwingen. Da. Wir müssen wirklich bald mal eine Ausgrabungstechnik lernen. Oder eine Grabtechnik oder was auch immer. Guck sie das einen an. Wie? Wie soll man das hier anstellen? Doch nur auf diese Art und Weise kommen wir da irgendwie rüber, ne? So. Aber wie kommen wir jetzt noch an die letzten beiden Bären ran? Weil ich bin da rüber und da war nichts. Oder Moment. Doch, doch, doch. Da geht's noch weiter. Oder auch nicht. Das ist ja eingezäunt. Hä? Ne, da. Da komme ich nicht drunter. Das ist leider eingezäunt. Ah, da habe ich mich getäuscht. Aber wie stelle ich das jetzt an? Hm. Fangen wir überfahren, weil ich habe jetzt acht Bären. Ach so, jetzt komme ich hier hier rauf. Okay. Passt schon. So, bekomme ich jetzt endlich mal die letzten Bären zu fassen. Nomsky. So, und jetzt nur noch die eine von dem Papier, äh, Paracrupa. Hey. Hey. Hey, ey, ey, ey. Händewerk von meiner Bäre. Diese Bäre ruhen alle meine Hoffnungen. Meister, Pausa liebt Bären und ich brauche dringend eine Beförderung. Ich bin jetzt so leid, mit Zuger für nicht im Fußfolg zu gehören. Oh, ist der ganz schön schwer. Ja. Tja. Ich würde, du musst die, du wirst dich damit abfinden müssen, mein Freund. So, vorher heile ich mal ein bisschen. Wir haben schon viel zu viel Schaden erlitten an der Stelle. So. Oh, entschuldigt. Der Röbse hätte ich sein dürfen. So. Okay. Alter. Jetzt habe ich die Bäre. Ha. Sorry, du wirst dich damit abfinden müssen. Ach, jetzt brauche ich ein neues Geschenk für Brauser. Was scheint man einen Diktator, der schon alles hat? Was? Man kann nicht gegen ihn kämpfen? Okay. Ich dachte, wir werden jetzt gegen ihn kämpfen. So, hier hast du. Du vielfraß. Nom, nom, nom. Und lässt du uns jetzt endlich mal durch? Vika, heiße Babsat und funkelt. Vika fühlt sich vor mich, wie seine Kraft zurückkehrt. Was noch? Was? Nee, das hat keinen Zweck. Vika ist immer noch zu schwach. Ist das dein Ernst? Mit einer Bäre warst du schon stark genug, das alles aus dem Weg zu räumen und jetzt mit zehn Bären? Was? Leider möchte Vika's Körper nicht, so wie Gavill. Er braucht einen Nachtisch, das hat mit Verdauern zu tun. Ja. Also wirklich, Vika. Wir haben dir eine tolle Bären verabreicht. Alles mag nicht, zurück. Was? Was ist mit Yoshi los? Wir werden doch wohl nicht mit Yoshi jetzt die Melone abnehmen wollen. Was für ein Zufall. Wusstest du ehrlich, dass Melonen wirklich das Lieblingswort ist? Am liebsten schlägt Vika sich im Ganzen runter und spuckt sich dann die Kerne aus. Vika ist nicht fähig, sich der zu bewegen bevor Vika nicht diese Melone zu Treibstoff verspeist hat. Na, basta. Och, du! Das ist so wichtig. Das schreibt nach einer Wiederholung. Wenn Vika sie nicht ist, kann Vika sich nicht von dieser Stelle fortbewegen. Schon gut, deshalb brauchst du sie gleich anzubrüllen. Eigentlich haben wir das Recht dich anzubrüllen, du verfressene Ah! Du verfressenes blödes Drecksteil! Verfressenes Stück Scheiße! Mann! Gut! Dann holen wir dir diese Scheiß Melone eben! Wo ist eigentlich Yoshi hin? Ach, hier! Moment, wo sind wir denn hier? Was ist das? Hm. Das finden wir dann im nächsten Part heraus. Und wie immer geht es, wenn es gefallen hat, dies zu bestätigen mit als Klicks auf den Like-Button unter dem Wie. Die unten sind Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crash fortifiziert ihr dann bis zum nächsten Part von Let's Play. Maren Luchi zwei zusammen äh, Maren Luchi fünf Paper Gen Bros. Auf Wiedersehen und Tschüss Bis zum nächsten Mal.